Willkommen zu unserem Einrichtungsvideo für das Telefonmodul von OnOffice. In diesem Video werden die Voraussetzungen sowie die Optionen und Konfigurationsmöglichkeiten erläutert. Step by Step wird die Installation durchgeführt, außerdem wird die Verbindung zwischen dem Telefonmodul und OnOffice Enterprise hergestellt, damit Sie hieraus Ihre Telefonate tätigen können. Am Ende dieses Videos erläutere ich Ihnen noch einige Szenarien, damit Probleme bei der Einrichtung oder Nutzung schnellstmöglich behoben werden können. Schauen wir uns zuerst die Voraussetzungen an. Folgende Dinge werden vorausgesetzt. Ein Windows- oder Mac-System, wobei letzteres nur mit Endphone in Betrieb genommen werden kann, sprechen Sie zur Einrichtung der Endphone-Anlage unseren Support an. Außerdem benötigen Sie einen OnOffice Enterprise Zugang mit gebuchten Telefonmodul, vorzugsweise inklusive des automatischen CSV-Exports, der Teil des Telefonmoduls ist. Ihr vertrieblicher Ansprechpartner wird dies gerne für Sie aktivieren. Für die Nutzung des Telefonmoduls werden die IP-Telefone der Marken SNOM, Astra, Yerlink bzw. TipTel oder ein TAPI-fähiges Telefonsystem, wie zum Beispiel eine Telefonanlage, Endgeräte oder Softphone benötigt. Vorzugsweise kontaktieren Sie einen Techniker, der die Einrichtung für Sie durchführt, falls Sie dies nicht selbst übernehmen möchten. Beachten Sie bitte, dass OnOffice keine Konfigurationen an Ihrer Telefonanlage oder TAPI-Treiber vornehmen kann. Eine weitere Voraussetzung ist, dass die Endgeräte mit dem PhoneSuit-Client ansteuerbar sind. Bei folgenden Telefonanlagen wurde das Telefonmodul bereits erfolgreich eingerichtet. Sollte Ihre Telefonanlage nicht aufgelistet sein, bedeutet das nicht, dass die Einrichtung unmöglich ist. Halten Sie hierzu am besten Rücksprache mit unserem Support, damit wir Einzelfälle besser analysieren und prüfen können. Das Telefonmodul verwendet den PhoneSuit CTI-Client, um auf Ihre Telefonanlage zuzugreifen. Je nach Telefonanlage kann es vorkommen, dass für die Verwendung zusätzlich der PhoneSuit CTI-Server benötigt wird. Die Serverlizenz ist kostenpflichtig und muss zusätzlich erworben werden. Grundsätzlich bietet das Telefonmodul von OnOffice zwei Konfigurationsmöglichkeiten, um in Ihrer Infrastruktur eingebunden werden zu können. Zum einen können Sie TAPI-Treiber und den CTI-Client lokal auf Ihren Computer installieren. Dies ist das Standardvorgehen. Zum anderen lassen sich die TAPI-Treiber aber auch serverseitig installieren, wobei der PhoneSuit CTI-Client dann auch lokal auf Ihrem System eingerichtet wird. Diese Option ist oftmals bei älteren Telefonanlagen notwendig, die zum Beispiel nur eine TAPI-Verbindung zulassen. Des Weiteren lässt sich die Installation auch auf einem Remote-Server und Client-System durchführen. Hierzu bietet unser Kooperationspartner eine ausführliche Online-Dokumentation. Den Link habe ich Ihnen in der Videobeschreibung hinterlegt. Bestandteil dieses Videos ist jedoch die Einrichtung ohne Server. Damit Sie das Telefonmodul von OnOffice installieren können, starten Sie einen Browser Ihrer Wahl und rufen unsere Webseite unter onoffice.de auf. Über das Menü unter Service & Support und Downloads finden Sie unter OnOffice Downloads den OnOffice CTI Client. Bitte laden Sie sich diese Datei herunter, wechseln in das Download-Verzeichnis und entpacken diese Datei. Je nachdem, welche Entpackmöglichkeit Sie nutzen, gibt es hier natürlich unterschiedliche Vorgehensweisen. Ich kann nun mit einem Rechtsklick und Alle extrahieren einen Pfad angeben, wo diese Datei entpackt werden soll. Mit einem Klick auf Extrahieren erhalte ich Zugriff auf den Inhalt der gepackten Datei. Bitte beachten Sie, dass für die Installation oftmals Administrationsrechte für Ihren PC benötigt werden. Somit starte ich die Setup-Datei, nun mit einem Rechtsklick und als Administrator ausführen. Außerdem, wie in meinem Beispiel, kann es vorkommen, dass Sie im ersten Schritt zunächst Microsoft Visual C++ herunterladen müssen. Sollten der Download und die Installation nicht automatisch geschehen, können Sie über die Internetseite von unserem Kooperationspartner die einzelnen Komponenten separat herunterladen. Den Link hierzu habe ich Ihnen ebenfalls in der Videobeschreibung hinterlegt. Nachdem Sie Visual C++ installiert haben, starten Sie die Setup-Exe erneut als Administrator, damit der Willkommensscreen des Phone-Clients Sie begrüßt und die Lizenzbestimmungen bestätigt werden können. Über das Programmverzeichnis im nächsten Fenster kann das Installationsverzeichnis eingestellt werden. Bitte beachten Sie, dass jeder Benutzer, der das Telefonmodul nutzen möchte, auch die nötigen Berechtigungen erhält, um auf dieses Verzeichnis zuzugreifen. In den nächsten beiden Fenstern kann eingestellt werden, für welche Benutzer der Client installiert werden soll. Diese Einstellungen haben Einfluss auf die Konfigurationsdateien. Es ist ebenfalls möglich, diese Dateien für alle Benutzer freizugeben, sodass alle Benutzer eines Systems Zugriff auf die gleichen Einstellungen erhalten. Dies könnte interessant sein, wenn Sie wechselnde Arbeitsplätze in Ihrem Unternehmen zur Verfügung stellen. Weiter geht es mit der Lizenzinstallation. Haben Sie von Ihrem vertrieblichen Ansprechpartner bereits eine Lizenz erhalten, kann diese nun unter Lizenz installieren eingetragen werden. Alternativ können Sie jedoch auch mit der Testversion fortfahren und die Lizenz zu einem späteren Zeitpunkt festlegen. Möchten Sie die Lizenz hinterlegen, beachten Sie bitte die Groß- und Kleinschreibung für den Lizenzschlüssel, aber auch für das Feld Registriert für. Nach dem Lizenzschlüssel können Sie optionale Komponenten und Verknüpfungen hinterlegen. In dem Fenster für Komponenten stellen Sie bitte die erste und letzte Option ein. Die Verknüpfungen können für Ihren Desktop und auch für Ihren Autostart eingerichtet werden, sodass der PhoneSuite-Client automatisch startet, wenn Sie Ihren PC anschalten. Zum Schluss bestätigt uns das Fenster, dass der CTI-Client erfolgreich installiert wurde. Das Fenster kann nun geschlossen werden. Nachdem die Installation durchgeführt wurde, können Sie Ihre Standortinformationen hinterlegen. Bestätigen Sie hierzu das erste Fenster und geben in dem zweiten Fenster unter Ortskennzahl Ihre Vorwahl ein. Die Installation ist abgeschlossen. Kommen wir nun zur Konfiguration. Bitte stellen Sie an dieser Stelle sicher, dass Ihr technischer Ansprechpartner den TAPI-Treiber zu diesem Zeitpunkt installiert und konfiguriert hat. Passende TAPI-Treiber erhalten Sie von dem Hersteller Ihrer Telefonanlage, die lokal auf Ihrem System installiert werden müssen. Sollten Sie keinen TAPI-Treiber benötigen, da Sie IP-Telefone der Marken SNOM, Astra, Yerlink oder TipTel besitzen, können Sie mit der Einrichtung fortfahren. Haben Sie die Verknüpfung auf Ihrem Desktop eingestellt, finden Sie nun das Symbol OnOffice CTI-Client. Alternativ kann das Programm auch über das Startmenü gesucht und gestartet werden. Bei dem ersten Start der OnOffice CTI-Software wird ein Fenster für die Erstkonfiguration geöffnet. Wählen Sie hierbei den Button Telefonkonfiguration aus. Nun wird die Verbindung zwischen dem Telefonclient und Ihrer Telefonanlage hergestellt. Wählen Sie hierzu den Button TAPI-Geräte auswählen, damit Sie auf der linken Seite eine Baumstruktur mit verschiedenen Auswahlmöglichkeiten wiederfinden. Bei IP-Telefonen der bereits genannten Marken wählen Sie Ihren Hersteller auf der linken Seite aus und klicken die TAPI-Geräte doppelt mit der Maus an. Es öffnet sich eine Konfigurationsmaske, damit Sie IP-Adressen und Ports einstellen können. Sollte für die Verbindung außerdem eine Anmeldung nötig sein, können Sie über Authentifizierung Ihren Benutzernamen sowie das Passwort eingeben. Sobald Sie Ihre IP-Adresse, den Port und eventuell Ihre Anmeldedaten eingegeben haben, prüfen Sie die Verbindung nun über den Button Test. Erhalten Sie an dieser Stelle, wo bei mir nun ein Error steht, die Meldung erfolgreich, geht es mit dem nächsten Reiter weiter. Sollte ein Fehler auftreten, kontrollieren Sie bitte Ihre Anmeldedaten, die IP-Adresse oder den Port. Gegebenenfalls ist das Protokoll auch nicht richtig. Zur Not halten Sie Rücksprache mit Ihrem technischen Ansprechpartner. Weiter geht es mit dem Reiter Aktions-URL. Überprüfen Sie die IP-Adresse sowie den Port. Hierbei handelt es sich um die IP-Adresse des lokalen Computers. Sind diese Angaben korrekt, klicken Sie bitte auf den Button Start, um den Service für die Telefonie zu starten. Nun werde ich aufgefordert, den OnOffice CTI Client für meine Firewall freizugeben. Damit der Service optimal arbeiten kann, empfiehlt es sich, diese Einstellung immer zuzulassen. Sollten Sie solch eine Meldung nicht bekommen, können Sie über den Button Windows Firewall konfigurieren, Ausnahmen für den CTI Client automatisch hinzufügen lassen. Sollten Sie nicht die Windows-eigene Firewall nutzen und diese deaktiviert haben, überprüfen Sie bitte Ihren Antivirenschutz sowie Ihre Firewall und fügen entsprechende Ausnahmen für die Datei CTI Client Exe hinzu. Nachdem Sie diese Einstellungen vorgenommen haben und die Action-URLs über den Button Test URL im Browser öffnen erfolgreich getestet haben, kommen wir nun zu den Wähleinstellungen des OnOffice PhoneSuit Clients. Nach der Bestätigung des vorherigen Fensters befinden Sie sich nun in dem Phone Dialog, der jedoch auch über den CTI Client unter Optionen Phone Dialog erneut geöffnet werden kann. Bei vielen Telefonanlagen ist es nötig, das Wählverhalten über den Button auf der rechten Seite zu konfigurieren. Oftmals wird eine weitere Null für das Telefon benötigt. Rufen Sie den Reiter Telefonanlage auf und aktivieren die Option für die Amtskennziffer. Des Weiteren sollte die Amtsholung direkt unterhalb der Einstellungsmöglichkeiten kontrolliert werden. Für dieses Beispiel nehme ich mir die automatische Konfiguration raus und aktiviere mir alle Häkchen bei der Amtsholung. Sofern Sie den Präfix einer Warteschlange oder die angezeigte Telefonnummer bearbeiten möchten, wechseln Sie in den Reiter Format der Rufnummern. Über Erweiterte Einstellungen kann die Anfangssequenz der Rufnummer angepasst werden. Für dieses Beispiel habe ich die Anfangssequenz aktiviert und einige Modifizierungen vorgenommen. Hierbei werden die Einträge Route 0 bis Route 3 in der Telefonanzeige durch eine führende Null ersetzt. Zu diesem Zeitpunkt bietet es sich an, die Funktion des CTI-Clients zu testen. Rufen Sie die Nebenstelle mit Ihrem Smartphone oder anderen Geräten an. Der lokal installierte Fondsuit-Client sollte nun klingeln. Anschließend wählen Sie Ihre Mobilnummer oder eine beliebige andere Telefonnummer über den CTI-Client an. Hierzu können Sie in dem oberen Fenster eine Telefonnummer eingeben und über den Hörer anrufen. Sollten Sie eine Meldung bekommen, dass die TAPI-Geräte nicht geöffnet werden konnten, dann wurden die TAPI-Geräte nicht richtig konfiguriert oder die IP-Adresse bzw. die Anmeldedaten sind nicht korrekt. Erst wenn Sie an dieser Stelle mit dem Telefon durch die lokal installierte Software telefonieren können, beginnt die Einbindung in Anoffice Enterprise. Wenn alle Einstellungen zu der IP-Adresse oder dem TAPI-Treiber korrekt konfiguriert wurden, erhalten Sie einen grünen Button für die Telefonie. Ab diesem Zeitpunkt können Sie die Telefonnummer eintragen und mit dem grünen Hörersymbol oder dem kleinen Häkchen direkt anrufen. Für die Einbindung in Anoffice Enterprise müssen sowohl Einstellungen innerhalb des CTI-Clients vorgenommen werden, als auch Einstellungen innerhalb von Anoffice Enterprise. Achten Sie darauf, dass Sie die nötigen Rechte besitzen, um auf die Einstellungen Ihres Benutzers sowie gegebenenfalls in die Grundeinstellungen zuzugreifen. Alternativ muss Ihr Anoffice-Administrator die Einträge für das Telefonmodul durchführen. Sollten Sie als Techniker das System einrichten, muss Ihr Kunde Ihnen bei den Punkten innerhalb von Anoffice Enterprise den Zugang zur Verfügung stellen oder diese Anpassungen selbst durchführen. Öffnen Sie im CTI-Client über Optionen den Menüpunkt Interworking. An dieser Stelle werden die URLs, welche bei den Telefonaten in Ihrem Browser geöffnet werden, konfiguriert. Diese sind im Anoffice CTI-Client bereits vorkonfiguriert und nennen sich SmartAktion 1 und SmartAktion 2. Beachten Sie an dieser Stelle bitte, dass die SmartAktion 1 immer bearbeitet werden muss. Die Konfiguration für SmartAktion 2 muss nur dann bearbeitet werden, falls nicht die Nummer des Kunden in der Datenbank gesucht wird, sondern Ihre eigene. Mehr hierzu erläutere ich Ihnen gleich. Für die Einbindung in Anoffice Enterprise werden stets zwei SmartAktionen benötigt. Sollten Sie mehr oder weniger aktive Aktionen haben, ist diese Konfiguration an dieser Stelle falsch. Die SmartAktionen werden bearbeitet durch die Auswahl der jeweiligen Aktionen und den Button auf der rechten Seite bearbeiten. Die Standardkonfiguration bei der SmartAktion 1 sollte wie folgt aussehen. Hierbei ist es wichtig, hinter dem Eintrag Kunde Ihren Kundennamen einzutragen, also bei einer OnOffice Enterprise Anmeldung der erste Eintrag. Hinter dem Eintrag Line Number wird die Durchwahl oder Nebenstelle eingetragen. Als Nebenstelle kann eine beliebige Zahl Ihrer Durchwahl oder Nebenstelle der Telefonanlage eingetragen werden. Wichtig ist nur, dass diese Nummer später auch genau so in OnOffice Enterprise hinterlegt wird. Des Weiteren können Sie in den Grundeinstellungen von OnOffice Enterprise einen Secret Token generieren lassen. Möchten Sie diesen aktivieren, müsste in der URL ein Eintrag und Secret gleich Ihr Secret Token hinzugefügt werden. Your Secret ist in diesem Beispiel ein Platzhalter und wird mit Ihrem Secret Token ausgetauscht. Weiteres hierzu schauen wir uns später an. Über den Button Erweiterte Einstellungen können Sie das Anruferereignis konfigurieren. Die Standardeinstellungen beinhalten die hier gezeigten Konfigurationen. Somit sind wir mit der SmartAktion 1 fertig. Das Fenster kann geschlossen werden. Wählen die SmartAktion 2 aus und bearbeiten diese. Die Standard-URL sieht wie folgt aus. Sollte die eigene Rufnummer in OnOffice Enterprise falsch gesucht werden, können Sie in dieser URL ganz nach hinten den Eintrag CONID gleich CALLEDID durch CONID gleich TEL austauschen. Über den Button Erweiterte Einstellungen können Sie auch hier weitere Einstellungen vornehmen. Die Standardeinstellungen beinhalten die hier gezeigte Konfiguration. Die Vorbereitungen für die Verbindung zwischen dem Client und OnOffice Enterprise ist nun abgeschlossen. Melden Sie sich in OnOffice Enterprise an oder geben den Administrator für die jeweilige Version Bescheid, damit die benötigten Einstellungen vorgenommen werden können. Öffnen Sie über die Menüleiste unter Extras, Einstellungen, Benutzer, die Benutzerübersicht und wählen den Benutzer aus, bei dem das Telefonmodul eingerichtet werden soll. Entweder durch einen Doppelklick oder über den Bearbeiten-Button. Nun navigieren Sie zu dem Reiter Telefonie und tragen alle Informationen wie folgt ein. Unter Typ wird Enfon neu ausgewählt. Als Telefon wählen Sie Hardphone. Die Nebenstelle sollte dieselbe Nummer beinhalten wie zuvor bei der Smart-Aktion 1. Über Landesvorwahl tragen Sie Ihre Vorwahl ein. Für dieses Beispiel lautet diese Plus 4,9. Unter Ortsvorwahl wird die jeweilige Ortsvorwahl hinterlegt. Die Telefonanlagenkennung muss nur in Ausnahmefällen eingetragen werden. Bitte halten Sie hierzu mit unserem Support-Rücksprache. Anschließend empfehlen wir unter der Kategorie Optionen die Ansicht auf Grunddaten, Pop-up-Aktivitäten zu aktivieren und wechselnde Arbeitsplätze zu deaktivieren. Wurde der Eintrag mit dem Secret-Token bei der Smart-Aktion 1 hinterlegt, können Sie jetzt Ihren Secret-Token aktivieren. Hierzu navigieren Sie in der Menüleiste über Extras, Einstellungen, Grundeinstellungen, zu dem Reiter Allgemein und der Kategorie ganz unten Telefonie. Stellen Sie die Verschlüsselung auf Aktiv und speichern die Seite ab. Ganz unten erscheint nun das Feld mit Ihren neuen Token. Der Schlüssel, der sich in diesem Feld befindet, wird jetzt in die Smart-Aktion 1 mit dem Platzhalter Your Secret ausgetauscht. Es empfiehlt sich nun das Telefonmodul erneut zu testen. Stellen Sie sicher, dass die Telefonnummer, die Sie anrufen möchten, in der OnOffice Enterprise Datenbank vorhanden ist, damit die Zuordnung und die jeweiligen Aktivitäten-Einträge korrekt erzeugt werden. Rufen Sie nun eine Adresse auf, die für den Testanruf dienen soll. In der Aktionsleiste ganz unten befindet sich nun ein neuer Punkt Anrufen und neben diesem Punkt ein kleiner Pfeil, der nach oben zeigt. Über den Button können Sie die Haupttelefonnummer des Datensatzes direkt anrufen. Mit dem Menü können Sie auswählen, welche Telefonnummer genutzt werden soll, sofern Sie für diesen Datensatz mehrere Telefonnummern hinterlegt haben. Der Test ist erfolgreich, wenn sich nach Auswahl der Telefonnummer ein neues Pop-up öffnet mit dem Adressdatensatz als Verknüpfung. Schauen wir uns noch einige typische Fehler an, die auftreten können und welche Maßnahmen Sie ergreifen können, um diese zu beheben. Sie rufen eine Telefonnummer an, jedoch klingelt der CTI-Client nicht. Geben Sie in diesem Fall Ihren technischen Ansprechpartner Bescheid, damit die TAPI-Treiber bzw. die IP-Adressen überprüft werden können. Kontrollieren Sie Ihre Antiviren-Software sowie die Ausnahmen und Einstellungen Ihrer Firewall. Wichtig für die optimale Funktion ist, dass in Ihrer Firewall der OnOffice CTI-Client als sicher eingestuft wird. Im CTI-Client ist die Nummer zu lang, zu kurz oder wird falsch dargestellt. Überprüfen Sie die Wähleinstellungen über Optionen, Phone Dialog und den Button Wähleinstellungen. Unter dem Reiter Format der Rufnummern und erweiterte Einstellungen können die Anfangssequenzen genau definiert werden. Schauen Sie sich außerdem die Standardeinstellungen aus diesem Video an und ob Sie mit diesen das Problem beheben können. Der CTI-Client übernimmt vorgenommene Einstellungen nicht, zum Beispiel zur AMS-Kennziffer. Starten Sie als erstes den CTI-Client über Datei, Anwendung, Neustarten neu. Und notfalls starten Sie ebenfalls Ihren Computer neu. Falls ein Neustart der Software und Ihres PCs nicht funktioniert, bei der AMS-Kennziffer hilft es manchmal mehrfach die Option zu aktivieren bzw. zu deaktivieren und mit einem Mobilgerät zu testen. Bei einem Anruf wird nie ein Datensatz in OnOffice Enterprise geöffnet. Es erscheint kein Pop-up. Überprüfen Sie die Smart-Aktionen, insbesondere die Smart-Aktion 2, unter Optionen, Interworking, Smart-Aktion 2 und Bearbeiten. Wie zuvor beschrieben, befindet sich ganz hinten in der URL der Eintrag CONID gleich CALLEDID. Tauschen Sie CALLEDID durch TELL aus, speichern Ihre Eingabe und versuchen es erneut. Überprüfen Sie auch hier Ihre Firewall. Und andere Sicherheitssysteme, sodass der OnOffice CTI-Client als sicher eingestuft wird. Aktivieren bzw. erlauben Sie Pop-ups für OnOffice Enterprise in Ihrem Browser. Für Firefox können Sie zum Beispiel über das Menü oben rechts und Einstellungen über die Suchmaske nach Pop-up suchen und das Häkchen unter Pop-up-Fenster blockieren entfernen. Alternativ lassen sich auch Ausnahmen für Pop-up-Fenster über den Button Ausnahmen für jede Webseite einzeln konfigurieren. Suchen Sie außerdem nach dem Begriff Standard. Es ist wichtig, dass der Browser, den Sie verwenden, als Standard-Browser eingestellt ist. Dabei eingehenden Anrufen der CTI-Client die Informationen zu dem Standard-Browser versendet. Es wird nie ein Datensatz in OnOffice geöffnet oder es öffnet sich eine leere OnOffice-Maske. Kontrollieren Sie, während der Datensatz geöffnet wird, die Maske, die auftaucht. In der URL-Leiste finden Sie den Eintrag Phone ID. Hier sollte die richtige Telefonnummer stehen. Falls dies nicht der Fall ist, überprüfen Sie Ihre Wähleinstellungen des CTI-Clients. Es wird immer Ihr eigener Datensatz geöffnet. Versuchen Sie bitte die Smart-Aktion 2 unter den Interworking-Einstellungen von Called ID auf Tell umzuändern. Der Anruf-Button innerhalb von OnOffice Enterprise ist nicht da. Wenn Sie unten in der Aktionsleiste trotz allen Benutzereinstellungen nicht den Anrufer-Button sehen, schauen Sie sich erneut die Einstellungen über Extras, Einstellungen, Benutzer, den jeweiligen Benutzer und den Reiter Telefonie an. Bitte kontrollieren Sie, ob Sie unter Typ Endphone neu eingestellt haben. Außerdem wird als Nebenstelle nicht eine 0 akzeptiert. Probieren Sie somit, statt einer 0 eine andere beliebige Zahl einzutragen. Nur vergessen Sie bitte nicht, diese Zahl muss auch in der Smart-Aktion 1 als Nebenstelle notiert werden. Der Anruf-Button reagiert nicht oder das Fenster verschwindet sehr schnell. Bei dem ersten Telefonat, das Sie über Ihrem Browser tätigen, erscheint ein kleines Bestätigungsfenster, meist oberhalb des Reiters. Hierbei wird das kleine Pop-Up jedoch unterschiedlich von jedem Browser behandelt. Da Sie in dem Pop-Up eine Bestätigung anklicken müssen, kann es von Browser zu Browser unterschiedlich sein, wie lange dieses Fenster bestehen bleibt. Wir empfehlen für die Nutzung den Browser Firefox, da der Hinweis bei diesem Browser bleibt und Sie die Bestätigung ganz bequem anklicken können. Bei anderen Browsern, wie zum Beispiel Google Chrome, verschwindet der Hinweis sehr schnell. Schauen wir uns nun die Einrichtung eines serverbasierten Telefonbuchs an. Mithilfe eines FTP-Servers haben Sie die Möglichkeit, eine Adressliste zur Verfügung gestellt zu bekommen, um diese in das Telefonbuch des Citi-Clients zu integrieren. Somit sehen Sie, bevor das Gespräch abgehoben wird, welcher Kontakt Ihrer Office-Datenbank anruft. Die Daten werden jeweils nachts aktualisiert. Beachten Sie bitte, dass es sich hierbei um eine erweiterte Funktion handelt, die diverse Einstellungen inklusive eines FTP-Servers benötigt. Damit Sie die nun gezeigten Beispiele nutzen können, benötigen Sie einen externen erreichbaren FTP-Server, ein Skript zum automatischen Entpacken und eventuellen Verschieben der Daten von Ihrem FTP-Server zu Ihrer Infrastruktur. Hierbei kann dies ein Server- oder ein netzwerkseitiges Endgerät sein, das Sie von Ihrem Computer erreichen können. Außerdem benötigen Sie für den Windows Explorer einen erreichbaren Netzwerkordner, wie zum Beispiel ein Server oder andere Geräte, die für netzwerkseitige Freigaben eingerichtet werden können. Bitte beachten Sie des Weiteren, dass OnOffice diese Dienste nicht zur Verfügung stellt. Damit Ihre Adressdatenbank automatisch in den Citi-Client eingelesen werden kann, wird ein automatischer Export benötigt. Diesen finden Sie unter Extras, Einstellungen, Grundeinstellungen, in dem Reiter Automatisierung und CSV-Export. Sollten Sie diese Funktion nicht nutzen können, sprechen Sie bitte Ihren vertrieblichen Ansprechpartner an, damit das Modul aktiviert werden kann. Es handelt sich hierbei um ein zusätzliches Modul, das zu dem Telefonmodul gehört. Für die Exportkonfiguration werden die folgenden Daten benötigt. Der FTP-Server, der FTP-Benutzername, das Passwort, Einstellungen zum Port und der jeweilige FTP-Ordner. Wurden diese Angaben eingetragen, öffnen Sie unter Adressen erweiterte Einstellungen für den Export. An dieser Stelle lassen sich Adressfilter auswählen, wenn Sie zum Beispiel nur bestimmte Adressen exportieren möchten. Der Intervall für den Export empfohlen wird hierbei die Einstellung täglich und Einstellungen zu den Dateinamen. Damit Sie die Daten später einfacher exportieren können, sollten Sie den Haken bei Dateiname immer identisch auswählen. Setzen Sie zum Schluss den Haken unter Aktiv und speichern diesen Reiter ab, damit der Export aktiviert wird. Um die exportierte CSV-Datei in den CTI-Client einzubinden, habe ich Ihnen eine Anleitung von dem Hersteller des Programms in die Videobeschreibung hinterlegt. Und das war es auch schon mit unserem Einrichtungsvideo für das Telefonmodul von OnOffice. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, lassen Sie mir gerne einen Daumen nach oben da. Bei Fragen gerne in die Kommentare und über Feedback würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Für weitere Videos und Tutorials abonnieren Sie unseren Kanal.